Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der 500. Geek Talk Daily und der ist für Freitag, den 9. November. Heute haben wir dabei Tesla, Boon, Nintendo und Ikea. So, beginnen tun wir mit Tesla. Tesla, ja, was soll man dazu sagen? Ich sage ja immer, es geht keine Woche vorbei, wo man nicht über Elon Musk bzw. Tesla reden kann und es ist auch wieder passiert, denn Elon Musk, der hat ja aufgrund seiner Tweets Stress bekommen mit der Börsenaufsicht in Amerika, der SEC und muss deswegen seinen Vorstandsvorsitz abgeben. Und das ist jetzt auch geschehen oder in die Wege geleitet und die neue Vorstandsvorsitzende wird die Robin Denholm, die bisher beim Telekommunikationsunternehmen Telstra, also klingt fast wie Tesla, aktiv ist und hat da jetzt ihre Kündigungsfrist, dauert sechs Monate und dann wird sie Vollzeit für Tesla, den Vorstandsvorsitz übernehmen. Und dann mal schauen, ob der Elon dann ein bisschen ruhiger wird oder auch nicht. Ich vermute eher nicht. So, ja, nächstes Thema Apple Pay. Wir warten ja in Anführungsstrichen täglich drauf, meine Vorhersage ist in den nächsten fünf Tagen, dass Apple Pay in Deutschland startet. Und jetzt hat Boon bekannt gegeben, Boon ist ja so ein Anbieter, der schon von vielen auch in Deutschland genutzt wird, um über Umwege über Irland oder Frankreich zum Beispiel Apple Pay nutzen zu können. Wir sehen, dass Boon als Anbieter jetzt auch in den deutschen App Store reingeht und dass man sein bestehendes Boon Konto aus Frankreich oder Irland auch ganz einfach mit einem Klick in ein deutsches Konto umwandeln kann. Ja, schöne Sache, einfache Sache und bewerben tun wir es damit, dass es in Deutschland entsprechende lokale Angebote geben wird, Features, die man entsprechend nur nutzen kann, wenn man ein deutsches Konto hat. Ja, warten wir mal ab. Apple Pay, ich glaube, das wird uns die nächsten Tage und Wochen noch sehr beschäftigen. Ja, Nintendo, die haben jetzt für ihre Switch auch YouTube im Angebot. Man kann ganz einfach in den Shop gehen und sich YouTube runterladen und kann dann YouTube auf seinen Nintendo Switch genießen. Das war es auch schon. Also relativ einfache Nachricht. Aber vielleicht wird es ja viele Nintendo Switch User glücklich machen, denn YouTube ist eben YouTube, ne? So, und letztes Thema in meiner Runde hier heute ist Ikea. Die machen ja diverse Sachen in Richtung Smart Home und Smart Whatever und hatten wohl auch schon mehr oder weniger angekündigt, dass sie auch smarte Rollos machen werden. Und jetzt schaut es so aus, dass Ikea in Niederlanden mit der Rollo-Variante, oh, jetzt wird es schwierig, Kadrije startet. Und zwar bei 99 Euro und dann in 10 Euro Schritten weiter bis zu 139 Euro für lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Varianten. Die eine heißt Führertour. Ja, also ist es halt Ikea. Machen wir es mal ganz einfach. Ikea bietet smarte Rollos an. Die fangen bei 90 Euro an, hören bei 139 Euro auf. Verschiedene Größen und können dann entsprechend über Apps und so Automatisierungssoftware gesteuert werden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr euch zumindest in Deutschland auf 2019 freuen, denn dann sollte das wohl auch hier passieren. Also hier bedeutet bei mir in dem Moment in Deutschland. Wie es in der Schweiz und in Österreich ausschaut, weiß ich nicht. Aber ja, das war es auch schon. Und ja, habt ein tolles Wochenende. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir zu der Geek Talk Daily 500. Yes, Achim, wir haben es geschafft. 500 Folgen Geek Talk Daily. Und ja, heute mal was Spezielles, denn auch ich steuere ein paar Themen mit dabei. Oder besser gesagt, umgekehrt. Ja, ich meine Woche und du steuerst ein bisschen was mit dabei. Und ja, was habe ich mit? Ich habe 5G, Mac Mini 2018, Files und Fossil Sport. Ich beginne gleich mit der Swisscom oder dem Thema mit 5G. Denn Swisscom ist der erste Provider, der weltweit einen funktionierenden Prototyp eines 5G-Smartphones gezeigt hat. Und da auch schon Tests und Testanrufe darüber gemacht hat. Das wurde heute in Luzern vorgestellt. Das ist bei uns in der Schweiz, ziemlich in der Mitte. Ich war leider aufgrund der Swissblog-Family und den ganzen Vorbereitungen nicht vor Ort. Wäre da sehr gerne dabei gewesen und hätte mir das angeschaut. Ja, bald kommt ja die Technik dann auch zu uns in gröberen Massen. Und wir dürfen uns darauf freuen, breite, schnelle, viele Netze zu haben. Schönes Zeugs, dieses Internet, das moderne Zeug. Ja, gehen wir weiter mit dem nächsten Thema, Mac Mini 2018. Ein Punkt, wo ihr beim Mac Mini starten gesparen könnt, ist beim RAM. Beim Speicher, der ist fest verlötet, den müsst ihr vorab bestimmen, wie viel ihr da drin haben möchtet. Und dann auch dementsprechend bezahlen oder ganz einfach das Kleinste nehmen und über der Thunderbolt 3 irgendwelche externe Geräte anschliessen, die leise, schnell und vor allem schnell sind. Beim RAM könnt ihr, wie gesagt, sparen. Da müsst ihr nicht unbedingt das, in Anführungszeichen, teure Apple RAM nehmen, sondern ihr könnt da selber was reinbasteln und oder natürlich reinbasteln lassen, wegen der Garantie und so weiter. Mit einem autorisierten Apple-Händler lässt sich das durchführen. Wie das genau funktioniert, das haben wir euch verlinkt, in den daily.kiktok.ca oder in den Shownotes zu der 500. Am besten mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Ich wollte ja den als neuen Podcast-Rechner machen, aber zuerst mal schauen. Zuerst den alten, in Anführungszeichen, Mac Mini mit einer SSD versetzen und dann schauen wir mal weiter, ob es klappt und wie es klappt. Ja, Google ist aktuell gut im Rebranding-Modus. Zum einen haben sie ja Google One, Microsoft-ähnlich gemacht, also den Cloud-Speicher, der heisst jetzt auch One wie bei Microsoft, OneDrive. Hier heisst es einfach Google One. Und neu haben sie auch den Files-Manager, also den Datei-Manager, gerebrandet, der jetzt auf den Namen Files hört und ein bisschen eine optische Aufhübschung bekommen hat. Wer also auf den setzt, wundert euch nicht. Files Go von Google nennt sich das Ganze jetzt. Ausprobieren, wenn ihr ein Android-Smartphone besitzt. Zu guter Letzt komme ich zu einem Wear OS-Teilchen, ein Smartwatch, eine sportliche Smartwatch, um es genau zu nennen. Kommt aus dem Hause Fossil, hört auf den Namen Fossil Sport mit dem Snapdragon Wear 3100 vollgestopft und bringt vor allem etwas für all diejenigen, die sportlich unterwegs sind und eben eine Uhr für den Sport haben möchten. Ansonsten hat ja Fossil und die ganzen Untergruppen ziemlich, ja, wie soll ich sagen, Fashion, also ziemlich schön designte Uhren. Das hier ist, wie gesagt, eine, die speziell auf den Sport ausgerichtet ist, somit auch von der Optik und natürlich vom Armband, was da mit dabei ist. Ansonsten ist alles drin, wie man es eben halt von den Wear OS-Smartwatches kennt. Wen das interessiert, neue Smartwatches aus dem Bereich, also Wear OS, der sollte sich geektalk, also tv.geektalk.ch merken und oder direkt auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, facebook.com.geektalk. Am Sonntag werden der Achim und ich live aus Basel ein kleines Video für euch machen, generieren, Facebook Live halt, wo ihr euch live dazuschalten könnt, zuschauen. Irgendwann um nach 11 werden wir ziemlich sicher loslegen, wenn alles klappt. Und dann könnt ihr euch die neuesten Modelle anschauen. Die Sport haben wir nicht dabei, wir haben aber eine von Diesel mit dabei, eine von Fossil selber und ja, schauen wir noch, was wir sonst noch so da haben. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank euch, liebe Hörer, für die Treue, für das ihr immer wieder bei uns reinhört und euch über das Neueste in der Technik informieren lässt. Es macht uns aktuell noch sehr, sehr viel Spass, euch das Format anzubieten. Mal schauen, wie es weitergeht, wann wir den nächsten Meilenstein erreichen werden. Und ja, bis bald wieder, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.